Ja hallo, hier ist wieder Krillo. Ich hasse euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur Solonie, die eigentlich perfekt werden sollte. Ich glaube, das gewöhne ich mir jetzt echt an, weil es doch so schön zutreffend ist. Ja bevor wir jetzt hier umbauen, legen wir hier los. Und zwar gab es einen sehr guten Vorschlag und den habe ich dann auch noch direkt erweitert. Also zum einen, jetzt muss ich gerade mal eben schnell suchen, Rom-Mineral. Ja, packen wir in zwei hier Keramik rein und in einen packen wir rein, das ist unter Verschiedenes. Ja, Diamant. Weil wir das nämlich auf jeden Fall auch oben brauchen werden. Ob wir schon dabei sind. Die Leitern hier können weg. Ja, so. Dann geht es hier weiter. So einen können die weg, weil das haben wir ja mittlerweile gelernt. Beim letzten Mal, da kommen Gitterziegel oder beziehungsweise Fensterziegel aus Diamant rein. Das ist mal das Erste. Ähm, nur noch kurz zu meinem gestrigen Video. Da ist glaube ich ein bisschen sehr, sehr, sehr viel zusammengekommen. Ein mega blöder Tag, ein mega übermüdeter Krillo vor allen Dingen auch, der so die letzten Wochen eigentlich unter akuten Schlafmangel leidet. Also einfach ein extrem gereizter, überempfindlicher, jetzt hätte ich fast gesagt junger Mann, aber das trifft leider nicht zu. Und, äh, ja, dann kommt sowas wie, ah, Sonnennympfenei, vielleicht zwei Stück. Dann kommt sowas wie gestern dabei rum. Ähm, ja, dumm gelaufen. Aber danke auf jeden Fall, äh, für eure Aufmunterung. Ähm, hat auf jeden Fall gut getan. Trotzdem habe ich ein klein wenig vielleicht überreagiert. Aber manchmal ist es dann auch einfach besser, das mal rauszulassen. Ja, das haben wir gemacht. Was ist denn hier alles? Ah, hier unten ist alles überflucht. Ja, aktuell nicht viel mehr weitertragen. Wo wir sowieso da oben auf die ganzen Sachen warten müssen, dass die gebaut werden. Dann könnten wir doch hier nochmal zwei Tanks zerlegen und wieder aufbauen. Ähm, ja, hier öffnen wir jetzt mal und wir kommen nochmal zurück auf die Flugtierköder. Ja, ähm, ich habe auf jeden Fall eure Kommentare diesbezüglich gelesen, auch die Nachricht in Discord. Ähm, es macht schon Sinn, so wie ihr es erklärt habt, dass der Schleim den Schleimpuft anzieht, der Oxylit den, würde den Sauerstoffpuft, ich habe gerade die ganzen richtigen Namen vergessen anziehen. Ähm, Bleistein würde den Chlor-Kollegen und so weiter. Und diese drei hier je nach Evolutionsstufe der Nymphen. Also Phosphorit für die ersten Varianten, Phosphor für die nächsten und dann Diamant noch wieder für die nächsten. Deswegen bauen wir hier jetzt... Oh, ist schon die erste. Mal schnell schauen. Hier ist noch eine normale Leuchtkehrvernünfe. Ich bau trotzdem nochmal... Durch sogar mehr als die. Oh ne, so viele macht auch keinen Sinn, weil wir haben ja nicht... So viel Platzenten. Warum? Ne, aber ein, zwei weitere... Will ich hier schon akzeptieren. Und wenn die erstmal hier drin waren, glaube ich, dann halten die sich auch durchaus in der Nähe auf, um hier immer wieder zu futtern. Wie weit sind denn die Eier? 51% Oh. 84% Mensch, das ist ja schon... Wie weit. Achso, ich wollte ja nochmal eben schon... Schauen. Ich, wieso kann ich nicht auf... Achso, es gibt keinen Datenbank-Eintrag. Okay, äh... Kreaturen... Sonnen... Genau. So, naja, ich werde hier raus nicht schlau werden, was die... Ich hoffe nicht Pilze. Aber vermutlich werden es Pilze sein für die nächste Stufe. Äh... Haben wir denn überhaupt... zusammen... Pilzspur... Okay, wir hätten zwei Pilzspur... Wir haben hier zwei... Wissen wir hier welche einpflanzen. Oder macht es woanders Sinn? Wird auch gelaufen. Eigentlich ist hier ein sehr guter Ort dafür. Ähm... Dann gehen wir das Ganze schon mal an. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob... Ne, die brauchen eigentlich nur Schleim, ne? Bauen wir mal hier... Oh... Ein... Um ein paar Pilze anzubauen. Ähm... Vielleicht... Sollte ich noch was anderes dabei berücksichtigen... Vielleicht lesen gerade alles. Nämlich wo unser Schleim ist. Der ist hier. Dann macht auch... Dann ändern wir das nochmal. Wir haben hier ja eigentlich auch ne... So ein bisschen was an... Zwei... Zwei... Sechs Stück machen dann... Ist das glaube ich schon ne ganze Menge. So... Ähm... Ja... Wir werden gleich sehen... Sicherlich recht zügig gebaut. Das hier... Mal eben schauen... Solarmotor... Also es bringt ja nichts... So viel kann ich schon mal verraten... Hier an dieser Stelle... Die Weltraum Scanner aufzubauen... Weil wir einfach zu viel Platz nach unten... Feuchten... Hier... Nicht das könnten wir... Ja... Das könnten wir hier dann eigentlich... Auf jeden Fall nicht an dieser Stelle... Was dann eben bedeuten würde... Wir könnten hier... Mal Solarmodule... Was dann machen wir mal nicht zu viele... Bei dem schrägen Winkel... Ähm... Ich frag mich nur gerade noch... Wie es am meisten Sinn macht... Und vermutlich... So zu machen... Oh ne quatsch... Das geht auch da komplett durch. Wo gehe ich denn? Ist ja alles lichtdurch. Essig. Das könnten wir schon machen. Ja. Das war ja schon ganz gut. Ich glaube ich habe einen blöden Denkfehler gehabt. Weil. Wir müssten doch hier. Da. Wird auf jeden Fall ja freigepuddelt. So oder? Dann. Müssen wir jetzt den nächsten im Grunde so platzieren. Nämlich. Man möge mich korrigieren wenn ich falsch liege. Aber ich glaube. Das müsste genau so funktionieren. Ja ich hätte das natürlich jetzt auch nicht. Und so. Richtig. Weiß es nicht. Aber eigentlich schon. Die graben sich. So. Ja schon. So. Hier gilt dann jetzt wieder. Sieben Ziegel. Das ist das was wir von hier aus. Bei graben können. Theoretisch haben wir das ja jetzt auch noch weiter rechts anfangen können. Weil die graben ja auch nach. Links hier. Frei. Bin ich auch. Nicht überlegt. Werde ich aber auf jeden Fall an anderen Stellen. Ähm. Ähm. Ah. Autos. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja jo. So. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Eben. Ach. Äh. Morgen. Wieso habe ich denn beim. So. Jetzt aber. So. Was ist eigentlich. Das Quatsch. Okay. Sieh ich euch ja erstmal an die linken Seite. An die linke Seite kommen machen wir das trotzdem mal so. So. Freut man nicht. Danke. Warum ich jetzt schon. Ach. Meine Güte. Geschwindigkeit so immer wieder rausnehmen. Ich weiß es nicht. Nach der Gewohnheit. So. Ähm. Jetzt. Brauchen wir. Auf jeden Fall. Dann hier auch Flaschen entleeren. Damit wir dort ein wenig. Flüssigkeit drauf kippen können. Und wir brauchen auch auf jeden Fall. In Bereichen hier so hat man was gemacht. Ja. Glaube ich. Ach. Mensch. Glaube ich zumindest. alles. Adiator Rohre. Und jetzt haben wir für den restlichen Bereich beim letzten mal normale Rohre genommen. Machen wir das jetzt auch wieder. Ja klar. Aus einem einfachen Grund. Wir sind eh im Vakuum und da wird keine Temperatur übertragen. Das hatte ich allerdings schon wieder vergessen. Wieso können wir den nicht aus marfischem gestein bauen. Dann nehmen wir. Dann nehmen wir. Dann nehmen wir. Und unterhalb natürlich. Erzeug. die. Ja. Hier sollen auf jeden Fall mit höherer Priorität. geht. Das vor den Geschichten hier unten fertig wird. Ja. Ja. Wir müssen hier auch auf jeden Fall noch weiter nach links. Oh. Ja. Nein. Ich mach das nicht mit Absicht. Oh. Ja. Das ist alles nicht so einfach. So. Schauen wir uns doch mal eben an. Genau. Wir werden jetzt hier. Pilze einpflanzen können. Die Maiauern. Oh. 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 Topop. Oh. 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 wenn das mal nicht wie gerufen kommt dann packen wir hier jetzt rein sonnenkäfer ach so erstmal muss ich natürlich noch schauen ach die können ja noch gar keine eier legen bzw dann kann ich es auch nicht nachgucken aber es wird mit an sicherheit grenzen der wahrscheinlichkeit die tierter pilz sein leuchtkäfer ist da ist er verstorben ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob das funktioniert aber und mit den dingern ja das geht mit sicherheit dann lassen wir nämlich die leuchten hier oben her bringen leuchtenden eier und natürlich nur beim aufräumen nicht die können wir liegen lassen aber das hier zum beispiel das soll in diesem raum ja nicht liegen bleiben wir sind knoppelbeeren vielleicht lassen wir das erst noch mal ach ich hätte jetzt gedacht dass die sachen da raus fahren aufräumen 7 und wir müssen jetzt eben darauf achten das ist ganz wichtig nicht dass wir da ich bin nämlich gedacht frittäter pilz muss bei allen raus und der normale auch gar nicht dabei was sogar noch keinen gehabt haben sind auch noch nicht angebaut aber hier müssen wir die jetzt natürlich mit reinpacken die täter pilz hier auch damit die nicht schlecht werden und wieso das ist hier natürlich viel zu warm ach mensch hallo das hättest du doch nur wissen können müssen wollte nicht irgendjemand die dinger hier vorhin erst hin bauen ja ne ein schlauer move gewesen im gegensatz zu der aktion hier so habe ich euch auf jeden fall jetzt gezeigt wie man es nicht macht hat ja auch was gutes so strom brauchen wir hier oben noch haben wir dann überhaupt schon mehr haben wir natürlich nicht stark strom hier oben auch dort nicht am nächsten dran ist stark strom also hier würde ich das fast hier entlang hoch bauen soll heißen wir beginnen damit dass wir granitziegel hoch bauen jetzt weiter hier gibt es dann hier gibt es dann weiter und wir brauchen dann ein nicht starkes leiterkabel doch starkes leiterkabel klar und dann haben wir auch schon mal für die nächsten beiden videos aufträge verteilt obwohl ganz so schlimm ist es glaube ich nicht und dass sie gleich erst mal der licht ist und hier unten der stopp hier baut es es läuft ein wenig wie beschreiben wir das langsam heute es ist immer mal wieder etwas lege zwischendurch ich weiß nicht woran das liegt ich das wüsste würde ich es abstellen aber es ist in der nächsten aufnahme nicht jetzt sind sie ausgebuddelt das heißt wir können wir können Das ist ja interessant, dass sich das hier sogar noch anderthalb Felder höher aufstapelt. Das war vorher glaube ich nicht so, oder? Weiß ich auch nicht genau. Deswegen ging das so schnell, Bio 5 reicht da voll, ich darf ruhig eine höhere haben. Und dann erst auf 5 lassen, ja ähm, Material ist ja auch schon so ein bisschen was angeschafft wurden. Das ist auch gut. Die Finger laufen hier sicher schon wieder voll unsere Tanks. Der eine ist schon voll. Oh. Wir haben viel gespeichertes Erdgas. Ui. Vorsichtig ausgedrückt würde ich sagen, ich staune. Immer nicht. Ähm. Sonnen-Nympfe hier. Ausgeflogen. Wie fliegen die alle hin? Seit ich hier hergeflogen. Die Frage ist, warum machen die das? Was? Also auf jeden Fall packen wir jetzt mal. alle lang hast dort hin und wir bauen hier noch die tierfalle weil das würde ich erledigt haben dass sie auf jeden fall dort sind warum sind die weggeflogen eigentlich ein untypisch untypisches verhalten habe ich nicht so in erinnerung da kommt schon hüpfte rein wir bauen noch mal ein paar flugtikel aber diesmal werde das ganze auf jeden fall beobachten solange wird das video jetzt auch noch gehen eigentlich hätte ich schon vor knapp vier minuten also nach 25 minuten ende machen wollen aber das ist mir jetzt ich will jetzt wissen oder das ding hier aus geleert werden muss auch jetzt eine hohe priorität dass ich da gleich jemand kümmern weil sonst gleich wieder das ist noch ein lang hast liegt aber wieso ist hier noch eine oder ist das ein anzeige fehler ja das war wahrscheinlich der hier gerade saß jetzt wird es interessant wann kommt wer sonnennypfe und ein leuchtkäfer und da kommt noch die zweite sonne jetzt hier mal ganz ganz schnell und ich hoffe wir sind rechtzeitig die tür wieder dicht die tür wieder Problem gelöst, ähm, Sonnen-Nymphen, ich bin mir ziemlich sicher, achso, die müssten natürlich aber auch jetzt ja schon dann getierten Pilz essen, die Knorpelbeere, also erstmal räumen wir alles auf Faktor Licht, dann, so einen Käfer, so einen Nymphe, Fritika Pilz, ja. Omelette, lecker, lecker, auf Omelette sehe ich auch mal wieder Hunger, ich glaube die Tage gibt's Omelette bei mir. So, jetzt haben wir hier fritierten Pilz drin, sehr schön. Ah, der erste ist schon groß geworden, der erste Sonnenkäfer, perfekt. Das heißt, der kann jetzt gepflegt werden. Na, komm schon, na, komm. Fröhlichkeit 4, so, und jetzt geht auch die Reproduktion hoch. Oh, Veränderung im Zyklus, 67%. Ja, schön, und, achso, jetzt können wir ja auch gucken hier, Königsnymphen, dafür müssen wir fritierten Pilz haben, haben wir also alles richtig gemacht. Schön, wenn wir jetzt mal schauen, ob wir hier auch alles machen, das halbwegs aus. Die Frage ist jetzt noch, die ich mir stelle, und da auch jetzt recht schnell eine Antwort draufgefunden. Wir werden hier auch noch einen Raum draus machen, damit wir die schneller wachsen lassen können. Und packen da, achso, Moment, ist das denn? Gewächshaus, mindestens zwölf Felder, das haben wir ja. Dann brauchen sie nämlich Knappfe, weil ich weiß sonst nicht, ob die fritierten Pilze, die wir haben, ob wir da lange mit auskommen. Ich fürchte, passt nicht. Gut, aber, so, jetzt sind wir auf jeden Fall durch, für heute ist es um einiges länger geworden als geplant. Ja, unsere Baustelle geht weiter, so im nächsten Video werde ich dann, äh, wir uns, das ist ja eher richtig, um den Strom weiter kümmern, das ist ja, Ja, nein, gut, wie kackelt das, kackelt das, kackelt das. Da haben wir ja schon mal das Starkstromkabel bis hier liegen, da müssen wir noch was zwischenbauen. Und dann gehen wir von hier aus, hier oben her, und, dann können wir theoretisch hier noch, äh, den, so, bop, bop, Weltraumscanner herbauen und was sonst alles noch so hier braucht wird. Wenn euch jetzt schon irgendwelche eklatanten Schwächen auffallen, lasst es mich wissen und immer schön dran denken, ich versuche mir das selber auch immer mehr an zu gewöhnen. Der Ton macht die Musik. Also, macht's gut, bis bald, euer Krillo. Und, dann geht's gut, bis bald, euer Krillo.